Richtiger Rabauke, wer das nicht sagt. Oh no! Cake on fire! Neun monatlich treu! Vielen, vielen Dank! Warte mal, was? Cake on fire? Cake on fire. Ach so, ich hab Cake on fire verstanden. Richtig, ja, Cake on fire. Übelster Cake on fire. Aber zumindest kein Top Cake on fire. Nee, das wär zu viel. Das kann ich auch tatsächlich nicht hier. Also, das kann ich... Wie soll ich das guten Gewissen streamen? Top Cake on fire? Indem du diese Person bannst. Okay, komm rein. Ciao! Dr. Pepper Energy. Ich wusste nicht, dass... Ach so, haha. Hast du mich gut gedisst. Äh, wie findest du Dr. Pepper Energy? Ähm, ich wusste nicht, dass sie einen Energy Drink haben, ehrlich gesagt. Okay, was bringt das jetzt? Ich hab keine Eier, merk ich grad. Okay. Alter. Die uralten Memes. Ja, das wissen halt nur zwei Zuschauer, die über 30 sind. Ja. Wow, ich kann erstmal voll rein, ey. Ich bin ja ein Smart Boy. Hä? Das hat's auf jeden Fall. Ich will mit Downer treffen, das macht so viel Schaden. Guck mal. Stimmt, das war... Aber das wurde er genervt, ne? Am Anfang hat das richtig viel Schaden gemacht. Jetzt macht das nur viel Schaden. Auch wenn ich mich immer noch frage, warum... ...der Move so drin bleibt, quasi. Ach so, der Move an sich ist ja cool. Ja, ich mein, warum er so viel Schaden generell macht, weißt du? Greeny, danke für deinen Sub. Und Gerald of Rivia, danke, dass du, Gentleman, als Glücksknilz adoptierst. Oh nein. Oh, die Musik ist so schön. Hab Angst vor Pit. Wieso? Nur weil es finster ist? Ja. Ich kann ihn nicht besiegen. Hallo, das hat eindeutig getroffen jetzt. Das ist deine persönliche Peach. Das Ding ist, ich bin nur so gut mit ihm, weil meine Seele auch finster ist. Ach so. Ja. Das merkst du daran, dass ich den Piep höre. Ich dachte grad schon, die sterbe dadurch, ey. Das wäre schon lit. Hilfe! 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 Langsam wird's gefährlich hier, ne? Das liegt daran, dass ich entspannt bin. Und du try hardes. Versuch auch entspannt zu sein. Einfach so ein bisschen... Okay, pass auf, pass auf. Ja, ist einfach nur ein Spiel so, aber in Wirklichkeit geht's... Nein! Es geht nicht gewinnen! Gewinnen macht mir was! Ja, es geht hier nur um Freude. Aber ich hab die meiste Freude, wenn ich gewinne! Nein! Hä? Keine Ahnung, was das war! Was? Scheiße, was ist passiert? Hä? Ich wurde geschwänzelt. Mann! Also, nicht wirklich geköpft, also... Ja, so... Smash plötzlich auf 18. Egal, die Spieler spielen zum Spaß, Chef. Get out! Stell dir mal vor, die bringen Skorpion von Mortal Kombat in Smash. Aber mit allen seinen Gimmicks, weißt du? Immer wenn Skorpion spritzt, überall Blut rum. So X-Ray kämpft, wo die Knochen knacken und so. Und dann so... Jo... It's for everyone. Warum ist mein Faceskin zu fucking dunkel? What the fuck? Man sieht mich kaum. Ich weiß nicht. Aber der ist rundes Fell. Warte, ich bin ja wirklich Fensterrapid. Einen Augenblick. Die Sache ist, ich hab dir grad geholfen, ne? Ich hab deine Seele quasi gereinigt. Dankeschön. Aber ich bin jetzt noch günstiger als vorher. Weil du Dr. Mario bist? Ist Dr. Mario quasi sowas wie der... Der Evil-Headcanon von Mario? Der Killer-Doktor, der alle umbringt beim Zahnarztbesuch und so weiter. Man kennt's aus sämtlichen Horrorfilmen. Also, Hater würden meinen, man steigert sich da rein. Aber ich glaub, du hast recht. So. Äh... Dr. Mario, stimmt's? Ja. Nimm Ridley, schreibt jemand in deinem Chat. Ich würde ja gerne. Also, ich könnte ja durch eine Modifikation. Übrigens, das ist Geralt of Rivia. Danke, dass du Daddy Sakurai persönlich Glücksknilze adoptiert hast. Willkommen bei den Glücksknilzen, Daddy Sakurai. Vielen Dank. Der ist dein Bruder, oder? Äh, ja, ja. Alright. Demo-Frage-Zeichen? Nee, nee. Das ist die Originalversion von Smash 4. Hä? Was ist Smash 4? Ich kenn nur Smash Wii U. Oh nein. Das hast du nicht gerechnet, oder? Nee. Der Yoshi ist so komisch, ey. Ich find Yoshi megacool. Ja, aber er spielt sich so weird. Ich mein, ich kannte viele Yoshi-Spieler früher aus meiner aktiven Zeit, aber... Warte mal, was macht unser B nochmal? Ah, okay. Au. Alter, dein dicker Kopf, Mann. Ich hab mir nämlich... Nee, wirklich nen linken Kopf. Ich mein ja auch. Komm, Baba. Ja. Jack... Er... Nee, Jack, ja. Rampage? 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 Keine Ahnung. Dankeschön. Ich dachte grad schon, Sir Rampage. Das ist ein solides... Hahahaha. 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 Zu Yoshi, danke für 21 Jahre treu. Hahahaha. 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 Ja, das war ganz witzig gerade. Hurra, Mann, hab ich einen Spaß, Alter. Hahahaha. Ist immer schön mit dir zu spielen, Viktor. Echt. Ja. Oh, Schulk, endlich! Schulk! Endlich mal Charaktere, die ich kann. Schulk, ey. Selbst Schulk, kein Mitleid. Und das ist ein solides Punkt, Punkt, Punkt. Ende! Hahahaha. 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 Schön. Oh mein Gott, Schulk. Ich liebe diesen Charakter. Das, meine ehrenwerten Freunde, ist mein erster... Oh, Swisspact. Gönnt. Taggst ein Abo. Dankeschön. Wenn du einen Charakter bestimmen könntest. Einen. Der in Smash Ultimate noch reinkommen soll. Welcher wär das? Banjo Kazooie? Oh, ist ein cooler Pick. Wow. Er... Oh mein Gott. Er... Was, Vision? Mhm. Mh. Hat das noch einge... Hat das noch... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, das hat den getan. Hahahaha. Das Ding ist... Schulk! Einfach weggeschlitzt, ey. den kann ich zumindest kontrollieren. Son Goku wäre nice, hätte jemand geschrieben. Ja. Er hat die Kontrolle, einfach übernommen. Weiß nicht. weiß nicht. Kann man genau so gut sagen, so Deko aus Major Academia wäre nice. Ich wäre ja für die Katze aus Sailor Moon. Luna? Ja. War das Luna? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube schon. Es gibt ja mehrere. Oh nein. Flaruf ist ein Ehremann seit drei Monaten. Jetzt kommt ein Charakter, den ich absolut keine Kontrolle habe. Rosalina und Luma? Boah, ich liebe Rosalina und Luma. Sie sind auch sehr mächtig. Sie spielen so gerne mit Rosalie. Ich habe es mal versucht, sie zu lernen, aber das habe ich dann irgendwann sein gelassen. Alter, das finde ich so cool. Richtig viele Leute in meinem Chat wollen Rex aus Xenoblade Chronicles 2. Ja, ich aber auch. Also ich wünsche mir auch einen Xenoblade Chronicles 2 Charakter. Lieber Tora, aber Rex wäre auch nice. Danke an Ilyas. Alter, jetzt hat er schon seine Pants ausgezogen. Jetzt wird es serious. Ja. Aber nur wegen Rosalina. Da zieht er seine Pants aus, ey. Wow. Ja, ripp, Luma, ne? Äh, Emma, Juli. Seit zwei Monaten Ehrenmann. Ihr wischt. Sie ist eine Ehrenfrau. Dankeschön. Ich bin so schlecht. Nein! Das ist doch richtig, der Konter, alter Luma. Dreckiger Tod. Das ist doch knapp. Ich kann einfach nicht so gut mit Float die Charakteren, außer Ness. The Snowbils. Dankeschön. Ach, verdammt. Goddammit. Ach, verdammt. Nice. Nice. Hm. Hilfe, Hilfe. Oh nein. Bugs, Lusch! Kann ich Luma auch irgendwie wieder sagen, dass er zu mir kommen soll? Nee, nee. Nee, nee, nee. Okay. Oh Gott. Nein! Bugs, Lusch! Ja, ich stand auch noch mit dem Rücken zu ihr. Das ist doch so random. Leute, was haltet ihr eigentlich für ein Slasher Eis? Ja, ich fand das voll geil. Das hab ich aber ewig nicht mehr gegessen. Das liegt aber auch daran, dass wir, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben tatsächlich einen Eismann bei uns hier in der Gegend. Oh, und der kommt tatsächlich vorbei, so richtig amerikanisch. Der kommt tatsächlich vor die Haustür gefahren und liefert Eis. Okay. Also ich könnte jetzt tun, als wäre das mega krass. Könntest du einfach anerkennen, dass du super neidisch bist? Auf den Eiswagen. Ja, ich hab hier nur vier Eisdielen. Der nackte Mann siegt. Die Sache ist, eigentlich musstest du dich jetzt noch weiter ausziehen, aber ich glaub, dann wäre das Spiel schon wieder nicht ab 12. Hast du gedacht, Moromy? Ah, Bowser Junior, der kann ja gar nichts. Also ja, Bowser hat eben auch übelst du kassiert. Maze, was geht's? In einem Mann kann alles passieren. Shit. Oh. Fuck, Slush. Oh, shit. Oh, jetzt kommt der Hammer, oder auch nicht? Oh, tja. Das ist okay, das ist okay. Ich bin vorbereitet. Oh mein Gott, oder auch nicht? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich werde so sterben. Oh mein Gott, ich habe einen Plan gehabt, aber erst nicht, bevor ich ihn auswählen konnte, weil er schon tut. Schul ist tot. Warum hast du eigentlich nicht mit Larry gespielt? Post zu dir. Ich bin dann schließlich halt jetzt Larry. Kass. Nein. Blani in Smash, wer hat's OP? Meinst du das Spiel, Blani? Den Charakter. Stimmt. Vielleicht auch alles. Achso, den Charakter. Alles. Ja, wegen der Blähfähigkeit. Wegen der Blähfähigkeit. Die Sache ist, wegen dem Bläh könntest du halt quasi fliegen. Wollte gerade sagen. Du hattest Varios Down B, aber immer fullcharged und unendlich. Das stimmt. Wobei, wenn du dich bewegst wie in einem Spiel, wäre das eher so wie Rob's Abi eigentlich. Lali für Smash, Lali für Smash. Oh, der Wii Fit Trainer. Ja, also das ist auch einer meiner Mains. Den spiele ich praktisch immer. Ist das so, ja? Mhm. Okay. Nochmal! Nee, nee. Nochmal! Nee, nee. Nochmal! Hä? Wieso bist du immer hinter mir? Weil ich das space, oder? Okay. Oha, wie oft kann man den Hammer eigentlich im Leben einsetzen? Zwölfmal. Danach stalet er. Und wird useless. Oh nein. Einfach überfahren. Wää! Mua! Guck mal, der ist doch quasi Waluigi. Was habt ihr denn alle? Nein! Na, trifft er jetzt, Leute? Trifft er jetzt? Nee, nee, ich glaube nicht. Hä? Wieso hat das getroffen? Macht gar keinen Sinn. Fun Fact. Du musst wissen, du musst wissen, aus dem letzten Smash-Stream, ähm, hab ich ein Clip gezeigt. Ich hab damals gegen Unge gespielt. Und der Scheiß, dieser F-Smash, dieser Bora von Bowser Jr., der ist so verbuggt. Ich stand auch genau, ich hab ihn gesheet-breakt, stand auch so vor ihm, hab gedrillt. Und er ist einfach rausgefallen, so. Er war dann auf einmal in mir drin und hat keinen Schaden bekommen. Was für Teufel. Bowser Jr. ist gut programmiert. Jetzt mal vor der Wirtze Zeit für Olimar. Und mit Olimar hab ich ein verdammt gutes Gefühl. Olimar? Oh, da muss ich Wendy spielen. Fun Fact. Die nächsten beiden Charaktere, die kommen, Olimar und Bewohner, sind die zwei, mit die zwei schlechtesten Matchups für Bowser Jr. Ich hoffe einfach, dass du sie nicht kannst. Ansonsten werde ich gleich Tränen weinen. Wir brauchen Waluigi, hat jemand geschrieben. Also ich hab noch nie jemanden mitbekommen, der war Waluigi für Smash 5. Das ist ja total absurd. Den Connect? Zum Glück nicht der Fall. Ja, diesmal. Stell dir mal vor, irgendwann, irgendwann kommt so eine Ankündigung. Und dann sieht man, ähm, in diesem Trailer, in diesem neuen Smash-Trailer, erstmal, wie Waluigi so als Estes-Trophy kommt. Immer und immer wieder. Und auf einmal sieht man wieder einen Charakter, der diese Estes-Trophy, ähm, quasi, ja, also, öffnen will. Und auf einmal kommt Waluigi von hinten und zerstört diese Estes-Trophy und befreit sich und ist dann ein Charakter. Finde ich schon scheiße. Nein, ah! Ich glaube, das tut weh. Schade. Ich weiß gar nicht, wie ich da rankomme, ehrlich gesagt. Aber ich kann auch nicht wirklich viel mit Olimar, außer A drücken. Das ist okay. Oh, ich habe dich getroffen. Was willst du tun? Was willst du tun? Dass du bist keine Pikmin mehr. Schade. Das ist aber nicht schlimm, weil ich kann auch ohne kämpfen. Und zwar, weil du einfach nicht mehr Olimar spielst. Haha! Das ist der Clou dahinter. Ach, schön. Wie ist es eigentlich so? Bist du so ein Real-Life-Bewohner eigentlich? Also, ich ja schon. Ich bewohne etwas. Also, ich bewohne auch etwas. Jetzt fallen mir fünf sexuelle Witze ein. Aber ich bewohne tatsächlich Köln. Ähm, heute bewohne ich... Mann, Sieg. Ha! Holy shit, Wendy ist so hässlich. Was willst du eigentlich, Phil? Sag mal, willst du kämpfen? Ganz nackt? Wend. Ach, wunderschön. Wunderschön. Ehre nehmen von Sushi, hat jemand geschrieben. Sushi ist gar nicht mal so geil, ehrlich gesagt. Kommt drauf an, was für eine Sushi? Warst du ja schon ein paar Mal jetzt in Japan? Erzähl doch mal was. Erzähl doch mal von so ein paar Speisen. Einfach, die man... Und zwar so nicht so, was man halt so kennt. So, ja... Als Sushi habe ich gar nicht gegessen. Aber ich habe viel Udome Curry gegessen. Das ist fucking nice. Okay. Oh, hast du diese Combo gesehen? Die war natürlich gewollt. Glaube ich. Genau wie mein Footstool vorhin, ne? 100% erwartet. Oh, shit. Was? Hat der das wirklich gemacht? Nein! Ich liebe diese Musik übrigens auch. Same. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen einen Trailer mit Palutena, als die rauskamen. Ah ja, da ist der Song auf. Ich habe ja damals tatsächlich sogar für Palutena habe ich mir gewünscht. War einer meiner Wünschcharaktere für Smash 4. Mhm. Und als er in der Trailer kam, war ich mega hyped, weil ich habe auch gehofft, dass das Lied reinkommt. Echt jetzt? Ja, weil das ist halt mein Lieblings-Track. So zieht mich aus, Kid Icarus. Uprising. Nein, Riva Roy! Roy, ich vertraue dir. Ja, das könnte knapp werden. Oh Gott, ey. Oh, schade. Nein, bin ich dumm. Ich hasse Villager, Mann. Also, ich liebe Villager eigentlich, aber... Nein! Oh mein Gott, bitte, bitte, bitte. Scheiße, ich wusste es. Ich habe schon gesagt, Oliver und Villager. Schlimmste Charaktere gegen Villager. Aber das ist zum Glück das schlimmste Tool gar nicht verwendet. Und zwar einfach meinen Mecha-Cooper einsammeln. Dann kann ich den nämlich nicht mehr benutzen. Habe ich gegen Ende gemacht. Okay, wer kommt eigentlich jetzt? Sind die Mario-Charaktere jetzt durch? Bist du auch so im WM-Fieber oder eher nicht? Ah, nee, da kommt noch. Eher nicht, wenn ich ehrlich bin. Köpfe mich nicht, aber ich bin irgendwie dieses Jahr überhaupt nicht in WM-Stimme. Siege, bist du noch da? Falls ja, guck nicht hin. Ich übrigens auch nicht. Mit wem spielst du jetzt? Wah! 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 Ich spiel jetzt mit Ja-Hoo! Ich hab den Villager selbst mal gespielt. Wah! Allot! So! Oh nein, der bekiffte auch noch. Warum ist der bekifft? Guck ihn dir an! Oh, ich wollte gerade Pause drücken, mich idiot. Einfach vom Bike geschossen. Ich bin Little Mac! Mario kann super fancy Sachen machen, aber ich frag mich nicht, wie die alle gehen, ey. Okay. Oh nein! Nein, nein, nein! Da pflanzt er erstmal ein Bäumchen. Muss man ja mal gemacht haben im Leben, ne? Vor dem Motorrad hab ich gar nicht so viel Angst. Da musst du nur Angst haben, wenn ich Siggi wär. Oh, der bin ich leider nicht. Einfach umgeholzt, ey. Dick der Gärtner. Einfach übelst umgemäht. Bruder, wenn du wüsstest, was ich anpflanze. Wenn du dir das Gesicht von Villager anguckst, dann kannst du dir auf jeden Fall denken. Ich versteh's nicht. So, ich nehm nochmal den bekifften. Der bringt anscheinend glücklich. Ich bin so froh, wenn der weg ist. Das Herste ist, gegen den Blödmann zu kämpfen. Der ist blöd. Na, ist jetzt traurig, ne? Ich weiß, was cool wäre für Smash 5 als Charakter. Was denn? Äh, Fortnite. Einfach die, einfach alle, einfach 100 Charaktere auf einen. Komprimiert zu einem. Und der Charakter heißt einfach Fortnite. Nee, ein Fortnite-Charakter und 99 Eco-Fighter. Ja, wir wollen jetzt ein bisschen in eine andere Richtung gehen bei Nintendo. Nein, ich wollte doch meinen Baum pflanzen, Mann. Bist du gegen Natur? Ja, schon. Hallo, du bist noch ein Affe. Was bringt mir Natur? Bananen. Warum mach ich die Attacke? Aua. Ich weiß übrigens nicht wirklich vernünftig, wie die Kombo geht, Leute. Also erwartet sie dich. Oh! Ich weiß, dass die Kay tatsächlich sogar ganz gut ist eigentlich. Ja, die Kay ist mega nice. Ich liebe den. Schlip den! Schlip den voll, schwöre! Aber wie ihr seht, ich kann nicht. Oh je. Der Villager ist ein Problem. Nee. Er buddelt einfach. Ups. Ah. Oh, ich war ja voll. Erstmal wieder einen Baum pflanzen, Leute. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Nee, heute nicht so. Tschüss. So mit deiner ganzen Scheiße, die du da wirfst? Sag dir tschüss, Mann! Oh, oh. Ja, Krip Decay. Der Letzt fällt noch runter. Oh, oh. Kommt jetzt der Runback, Leute. Slam. Digi-Donk. Dong-Gi-Donk. 2